30 folgen 24 angler 4 gruppen noch schneider 3 zielfische ein haupt gewinn und ein titel der youtube predator cup 2020 wird präsentiert von abo garcia garmin und lm ab hallo liebe zuschauer die letzte halbfinal partie steht an wir suchen heute den finalgegner von enrico die ventura mark paczowski räumte im hinspiel voll ab hat bereits alle sechs wertungsfische während herbert zieheis komplett leer ausging und heute einen sahne tag braucht um den bock noch umzustoßen einen kescher brauche ich auf alle fälle gerade mal so hallo liebe youtube prayer cup zuschauer herzlich willkommen zum entscheidenden rückspiel im halbfinale zwischen mark paczowski und herbert zieheis wir hören mal was die beiden zu sagen haben mark hinspiel lief okay oder hinspiel war super kann mich überhaupt nicht beschweren aber bis auf den zander nichts wirklich groß ist deshalb denke für herbie ist noch alles drin aber ich angelte heute ja auch noch ein bisschen das stimmt mark steht mit einem bein im halbfinale das ist quasi das im finale wir sind im halbfinale aber wir stehen auch noch an krieg hier unterbringen das einzig gute das einzig positive was man vielleicht sagen kann für herbert aktuell ist dass bis auf den 73er zander jetzt keine wirklich richtig große gute fischgröße herausgesprungen ist den 73er den wirst du sicher nicht mehr aus der wertung rauskriegen das denke ich auch nicht alles andere kannst du aber auch noch verbessern du angelst heute auch ein paar stunden bin gespannt gehen wir mal zum herausforderer herausforderer du bist heute der herausforderer du hast du hast du auf die mütze gekriegt im händspiel herbert was war da los ja permanentes pech dazu was da los war kann man nicht immer sagen was da los war einfach kein glück und nicht die richtige wahl und vielleicht mal der mark hat einen guten platz gehabt der hat den platz wo er gefischt hat den hat er ausgiebig schon vorher natürlich getestet und hat damit sein schickspinner die bahn und hat da einen fisch nach dem anderen gefangen und ich habe da nichts machen können gegen den platz der ist super vorbereitet und und jetzt habe ich einen anderen plan wir fischen heute vier plätze ich versuche jetzt erst einmal da ein hecht zu fangen oder vielleicht fange ich zwei hechte das war mein plan und wenn das jetzt da nicht klappt dann habe ich noch eine lange bohne da versuche ich dann auch einen großen hecht zu fangen weil ich brauche jetzt nicht einen kleinen fisch sondern ich brauche große fische und wenn mir das gelingt dass ich zwei hechte habe dann fahre ich zum zander spot da gibt es zander und barsche die sind aber jetzt nicht groß die fische maximal zander 55 cm und barsche vielleicht 30 oder 35 cm dann schauen wir mal also ich habe einfach ein plan den wo ich verfolge und was der mark in der zwischenzeit fangt ist für mich irrelevant also ich versuche den auch jetzt auszublenden in meinem ganzen ding ob der jetzt noch zwei fisch oder noch drei barsche fängt oder egal ich habe meinen plan der steht und den ziehe jetzt durch und du hast eine geheimwaffe und ich habe eine geheimwaffe und vielleicht ist das ja irgendwo ein wink von da oben oder was wie auch immer ich habe beim duell mit dem fred die angel stehen lassen und die sind jetzt nicht irgendeine angel und darum bin ja dann noch mal dahin gefahren zu den spot und habe geschaut ob die noch da war und hat mein platzwahl so gemacht weil ich habe da im training hechte gefangen man denkt da fahr ich jetzt dahin vielleicht fange da dort einen hecht und vielleicht steht dann meine angel wieder dort und siehe da meine angel ist dort gestanden wir werden auf mich gewartet und mit der angel habe ich meine profilieger gewonnen das klingt nach einem guten zeichen ja auf alle fälle wäre vielleicht erleben wir heute hier die rückkehr des königs herbert bayerischen königs ja genau das auf dem viertelfinale bekannte hindernis wartet erneut diesmal ist informiert und daher auch ein bisschen unkomplizierter als beim letzten mal ja kann es losgehen alles klar los geht's jetzt wir sind an herbe spot angekommen haben gerade die ersten würfe gemacht den spot kenne ich aber nur vom boot ich glaube so dicht war ich noch nie dran sieht auf jeden fall sehr verlockend aus hier sollte fisch zu hause sein ich werfe jetzt hier erstmal ein spinnerbait und lasse ich hier mal ein bisschen runter senken und angel die kannte hoch ich hoffe so ein hecht oder vielleicht sogar einen dicken barf zu kriegen wir sind jetzt am spot angekommen die ersten fünf minuten sind vergangen und ich hoffe dass mir das gelingt dass ich da ein hecht fangen oder vielleicht auch zwei aber ich tue auf alle fälle mein bestes und schauen wir mal ob es klappt also ich bin ja von der firma hyx gesponsert die wo brutal gute schuhe machen sieht man da und bei so einem stern ist das natürlich ein schuhwerk ganz wichtig weil man da bissl einen festen halt braucht weil man kippt da ständig um auf die dinge und das haben wir gerade vorhin gesehen habe ich gerade einen beinahe sturz habe ich gerade noch verhindern können die sterne richtig glitschrig nass und darum zieht es auf alle fälle gescheite schuhe an weil das vielleicht ganz wichtig ist weil wenn man da dann liegt mit gebrochenem fuß dann hat man nichts davon und ist draußen der köder nach barsch gestunken an der stelle traum barsch so hat herbert sich das glaube ich nicht vorgestellt aber wir sind beziehungsweise mark ist nicht hier um herbert besonders glücklich zu machen heute wahnsinn herbert möchte mit großen hechten die aufruhrjagd starten doch mark macht ihm das leben noch schwerer als es ohnehin schon ist traumfisch es steht sage und schreibe 445,4 zu 0 da ist das teil fette kirche 46 cm da könnte eventuell noch sehr sehr wichtig werden geil ich freue mich ein geiler barsch vom mark und das zeigt natürlich wieder die klasse dass der wirklich ganz gut angeln kommt und ich werde jetzt gratulieren und weiter geht es gibt wieder mal was zu gewinnen und heute ist es vor allem für diejenigen interessant die gerne leicht fischen denn wir haben sechs ultraleit routen für euch und sechs köder pakete und was das ist das stelle ich euch jetzt ganz kurz vor unsere sehr beliebte routen serie la mustique von lma b hat zuwachs bekommen es gibt jetzt zwei varianten für beltcast liebhaber es gibt wie ihr sehen könnt auch drei längere varianten 2 meter 25 sind die und zwar ist das interessant für all diejenigen etwas mehr wurfweite vom ufer benötigen das ganze geht hoch bis 21 gramm ist also nicht ultra ultra light nur sondern auch für kleine normalere köder absolut brauchbar und dazu kompletiert wird das ganze mit einem ultra light köder set und zwar haben unsere köfi barsche neue farben unsere köfi plötzen haben neue farben die blick schätzt natürlich auch und auch die finesse filet crore hier in der vier zentimeter variante gibt es auch in sieben und zehn zentimetern die neuen köder farben gibt es ab 18 12 bei euch im angelladen wir verlosen sechs pakete im wert von 130 euro also ein warenwert von fast 800 insgesamt was ihr machen müsst um am gewinnspiel teilzunehmen lest ihr wie immer unten in der video beschreibung viel erfolg dabei und nicht vergessen federleicht muss nicht teuer sein der 46er barsch kam auch schon mit der 40er barsch im viertelfinal gegen von so auf den neuen crusher spinner welt es gab schon mal einen crusher spinner welt wir haben das ganze ding noch mal überarbeitet wir haben sehr kompakt gehalten also auch ein bisschen kompakter kleiner zum barsch angeln sehr realistisch großes auge hier zwei willow leaves zwei sogenannte willow leaves drauf die sich schön drehen auch schon beim fallen dreht sich dieses blatt das ist ein richtig hochwertiger kugel lager der wirbel scharfe haken wie man es von elex kennt und natürlich bleifrei wir arbeiten immer mehr an bleifreien sachen gerade hier in holland wird es denke ich demnächst bleiverbot geben bei vielen großen turnieren ist schon bleiverbot deshalb hier auch ein bisschen an die umwelt gedacht wie schon gesagt er dreht ganz leicht an also ihr könnt den ganz langsam kurbeln fängt hechte dicke barsche wie ihr gesehen habt und sogar zander kleiner tipp zum spinner welt angeln wenn ihr flach angeln wollt könnt ihr diesen rad ein bisschen auseinander wiegen dann läuft der flache oder ihr drückt ihn einfach zusammen da läuft das bin aber etwas tiefer ihr könnt hier keine riesen tiefen variieren es geht da um einen halben meter aber gerade hier bei der kraut angelei kann das schon entscheidend sein probiert ihn einfach mal aus herbert bricht die angelei und erstens vor relativ zeitig war es geht zur nächsten stadt und 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 Herbert hat jetzt einen Spotwechsel gemacht. Ich glaube, wir sind hier auf der längsten und rutschigsten Buhne, die es in Holland gibt. Es war nicht gerade schön, hierher zu laufen. Kameraleute waren sich gerade am Bereitmachen. Ich hatte, glaube ich, auf dem ersten Wurf hier wieder auf meinen Crusher-Spinner-Bed gerade einen Fisch drauf. Es war kein Riesenfisch. Ich habe den gesehen, es war ein Barsch, hatte vielleicht so um die 30 Zentimeter. Hätte mich um ein paar Punkte verbessert. Schade, dass ich ihn verloren habe, aber ich hoffe, hier kommt noch ein bisschen mehr und vielleicht fängt Herbie jetzt auch gleich mal einen Fisch. Ich befürchte es nämlich. Ich bin jetzt so happy, dass ich wieder was sehe. Sonst hätte ich das eh schnell lassen können, weil ich war das Buhnenfeld nicht mehr nach vorne gekommen. Ich glaube, ich habe zwar im Auto eine Ersatzbrille drinnen. Ich muss euch ganz kurz die Geschichte erzählen, was uns hier gerade passiert ist. Und zwar sind wir auf einer wirklich richtig, richtig langen Buhne. Ich glaube, auf einer längeren waren wir alle noch nicht. Und der Weg ist auch wirklich unwegsam. Und während Marc, ich, unser Kameramann und Stefan uns alle mehrmals fast hingelegt hätten, also wirklich, ich lag einmal fast im Wasser, Marc ist vor mir, zweimal fies ausgerutscht, ist Herbert und sowas von davon galoppiert, war hier irgendwie drei Minuten vor uns an der Budenspitze. Und ich war eigentlich gerade dabei, in Frage zu stellen, ob das nur an Herberts jugendlichem Spirit liegt, sondern vielleicht auch daran, dass er als einziger eine vernünftige Ausstassung hat, was das Schuhwerk betrifft. Er ist ja gesponsert vom Schuhhersteller Hikes, die hervorragende Outdoor-Schuhe machen. Und das wollte ich an dieser Stelle auch gerne mal erwähnen, weil Herbert der einzige Teilnehmer hier im Feld ist, der wirklich überhaupt keine Werbung macht für irgendein Produkt. Der ist ja eigentlich nur dabei, um zu gewinnen. Und dann war es aber doch so, dass er ein bisschen übermütig geworden ist und hier vorne auf den Felsen rumgesprungen ist. Und wenn diese halt extrem moosbewachsen sind und mit Wasser überspült, ja dann helfen auch die besten Outdoor-Schuhe nichts mehr. Ist er leider ausgerutscht, hingeflogen und hat dabei seine Brille verloren. Und wenn Herbert ohne Brille da steht, dann sieht er nicht mal mehr die Routenspitze. Also da bleibt nicht viel Sehstärke übrig, tatsächlich. Wir wollten aber nicht, dass so der noch junge Angeltag so eine bescheuerte Wendung nimmt. Stefan und ich haben dann angefangen, die Brille zu suchen, während Mark und Herbert, also Mark in normaler Seestärke und Herbert quasi blind, weiter geangelt haben. Und ich bin ins Wasser gegangen und habe angefangen, die Buhne so ein bisschen abzubauen, weil da doch viele Ritzen sind, wo sie hätte reinrutschen können. Und tatsächlich nach ungefähr zehn Minuten unter einem der abgebauten Steine hat Stefan von außen dann die Brille entdeckt. Herbert kann jetzt wieder sehen. Vielleicht braucht er heute einfach genau sowas für den Turnaround, für den Game Changer. Ich weiß es nicht. Wir haben natürlich die Buhne zurückgebaut. Sie ist vielleicht nicht eins zu eins so, wie sie vorher war, aber es sind keine Steine mehr im Wasser. Alles sollte in Ordnung sein und wir kriegen bestimmt keinen Ärger. Mit dem Bauamt oder dem Landschaftsgartenamt oder der Wasserschutzpolizei oder mit irgendwem kriegt man ja eigentlich immer Ärger, wenn man irgendwas verändert. So, jetzt geht es weiter mit dem Angeln. So, jetzt verlassen wir den Spot wieder. Ich hätte mir jetzt da wirklich bei den beiden Plätzen ausgegeben. Also echt sehr gewünscht, dass ich da einen Hecht fange. Und im Training haben wir überall einen Hecht gefangen, so wie es halt immer ist, im Training, im Training, im Training. Und an dem Platz habe ich im Training sogar 1,08 Meter gehabt. Und ich war mir da eigentlich ziemlich sicher, dass da nicht viele Leute fischen und dass da bestimmt der eine oder andere auch noch da steht. Ja, Marc hat wieder einen Fisch drauf gehabt. Also das wird sehr schwer werden, aber die Hoffnung ist noch nicht aufgegeben. So, Herbert, was ist los jetzt hier? Kleine Zander und hoffentlich ein paar kleine Bausche. Vielleicht. So, Marc, neuer Spot. Was hältst du davon? Jetzt sind dann, ich glaube, wenn ich richtig gezählt habe, dritten Spot angekommen von Herbert. Sieht interessant aus, muss ich sagen. Ich war hier noch nie. Allerdings hätte ich mich, glaube ich, nicht hier ins Ruhige gestellt. Ich hätte mich wahrscheinlich vorne auf die Brunenspitze gestellt bei dem Wetter, wo ein bisschen Strömung vorbeizieht. Aber ich hatte schon zwei Bisse. Mal schauen, ob hier noch was rauskommt. So, jetzt sind wir am neuen Spot. Muss zwar leider feststellen, wir haben vielleicht 70 cm oder 80 cm Wasser weniger. Na ja. Wenn einmal alles scheiße läuft, dann läuft das alles scheiße. Aber wer weiß das schon. Vielleicht kommt auch da der Lucky Punch. Oder wir erwischen irgendeinen Platz heute noch, der, wo funktioniert. Herbert, erkläre unseren Zuschauern nochmal, wie so ein Kickback Rig aufgebaut ist. Also, das ist wie ein Paternoster oder Dropshot. Mit einem langen Arm, da kommt jetzt mal nicht der Köder hin, sondern das Blei. Und das hänge ich mit so einem Wirbel rein. Je nachdem, wie weit das ich werfen will, bis zu 30 Gramm, kann ich das Ding ausschmeißen. Und dann fische ich das eigentlich wie so eine Faulenzer-Methode. Der Köder ist jedes Mal unbeschwert. Also, wenn der beißen will, dann hängen sie eigentlich relativ zuversichtlich. Und ich will eigentlich noch ein paar Fangen damit. Aber das ist halt strahlender Sonnenschein. Kein Wind. Das ist wieder überhaupt kein Fischwetter. Und Glück habe ich auch gar nicht. Ja, ja. 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 Ja. Wieder ein Statement, das ich abgeben soll. Leider ohne Fisch. Platz funktioniert nicht. Wasser ist viel weniger, es sind keine Futterfische nicht da, wie üblicherweise. Und da will ich jetzt nicht so viel Zeit vergolden. Jetzt gehen wir an einen Fluss, der eine Strömung hat, probieren es da. Und dann nochmal einen Platz. Wir haben noch zwei Plätze. Vielleicht finden wir irgendwo einen Platz, wo es funktioniert. Was anderes können wir nicht machen. Ich habe schon häufiger mal Vergleiche zum Fußball gezogen. Und ich glaube, ich habe es zur Kamera noch nicht gesagt. Aber Marc ist so ein bisschen das Brasilien des Turniers. Also absolute Offensiv-Power. Sorgt immer dafür, dass eigentlich auch viel Fisch zu sehen ist. Und gerade wollte noch ein bisschen was für die Galerie machen. Bisschen Hackespitze 1, 2, 3. Hat die Topwater Köder ausgepackt. Versucht einen Rapfen zu fangen. Ist einer hinterher gegangen, hat leider nicht geklappt. Aber wäre natürlich auch noch Sahne. Und würde den Tag natürlich für ihn krönen. Herbert hat andere Sorgen. Und wir fahren jetzt mal zu seinem nächsten Spot. So, jetzt haben wir wieder den Platz gewechselt. Jetzt sind wir an die Meerwilde am Fluss gefahren. Weil ich weiß jetzt auch nicht mehr, was man bei den Wiedern ... Das ist alles so tot, was man da sonst treiben soll. Jetzt gehen wir auf ein leicht fließendes Wasser. Bisschen da was ändern vielleicht. Super. Super. Tier 3 3 2 3 2 3 3 Jetzt macht es mal einen Kescher lang. Ja! Der erste Wärtungsfisch ist der Wahnsinn. Der Bann ist endlich gebrochen. 46. 46. So, Herbert geht auf jeden Fall nicht mit null Punkten nach Hause. Erster Wärtungsfisch. 46 cm Zander. Geht doch, Herbie. Ja, Gott sei Dank. Ist noch ein bisschen was? Aber der Anfang ist gemacht. Der Bann ist endlich gebrochen. 59,8 Punkte für Herbert. Und weiter geht's. Unbeschreibliche Gefühle. Bei der UPC, wenn man einen 46 Zander fangt. Aber es gibt wieder unwahrscheinlich viel Motivation. Ja, der Herbert hat jetzt seinen ersten Fisch gefangen. War ein Zander, der das Maß hatte diesmal. Ich gönne den Fisch wirklich. OEF soll ja keiner vom Wasser gehen. Aber ich würde sagen, jetzt reicht es doch nochmal wieder. Nein, Quatsch. War Spaß. Alles gut. Ich liege ja noch komfortabel in Führung. Ich hoffe. Wir sehen noch ein paar Fische. Und wenn es dann am Ende langt, bin ich auch happy. Herbert, darf ich steigen? Ja, ja. Logisch. Petri Heil. Petri Dank. Herbert hat den richtigen Platz ausgesucht. Jetzt zumindest Fisch. Ja, ich glaube, der verbessert mich ein bisschen. Klingt schön in der Platte oben. 54. 55. 55er Zander. Hat mir gerade noch einen Finger gebissen. Der verbessert mich ein bisschen. Den lassen wir jetzt schön schwimmen. Hier hat es anscheinend Fisch. Marks Konter lässt nicht lange auf sich warten. Er kann sein Konto auf 460,9 Zähler aufstocken. 15. Nein, das ganze Zeit 1995. 3 00. 50вол E-0 D-5 R Sax & Warr terre. Musik Na, der war im Krautgehängt. Nächster Zander für Herbert. Der Fisch hat allerdings kein Mais. Doch nun beißen die Fische. Ich gehe auf alle Fälle ein. Tschüss. Der rupft nicht. Oder auch ein kleiner. Oder ein ganz kleiner Zander. Eher kleiner Zander. Da kommt man nicht her. Die nächsten Punkte für den Bayer. Er erhöht auf 117 Zehner. Und hat natürlich auch die Fische. Das ist natürlich noch lange nicht genug. Fisch. Also, wie hat Herbert, wir sind ein bisschen in den Kot geknackt gerade. Der vierte Fisch in der vierten Zeit. Der dritte Wertungszander bringt Herbert 61,1 Zehner. Jetzt läuft's. 47er Zander bei Herbert. Langsam kommt er wieder ein bisschen näher. Also, er legt jetzt erstmal den Grundstein. Genau. Die Basis. Genau. Jetzt hat er drei Wertungszische. Einen Zander kannst du noch fangen, Herbert. Dann brauchst du einen Barsch und einen Hecht. Und die Größe wäre noch verbesserungswürdig. Aber es geht in die richtige Richtung hier. Für Herbert. Dann brauchst du den Barsch. Na? Ich glaube, ich kann den Barsch. Ich glaube, ich bin ein bisschen zu. Ja, ja. Ich bin ein kleiner Zander. Ich bin ein kleiner Zander. Ich glaube nicht, dass der Mikro hilft. Nee. Nee. Weit vorbei. Kein maßiger Zander. Wie gesagt, Herbert kann noch einen Zander in die Wertung einbringen. Und natürlich auch seine Zander hier verbessern. So groß sind die nicht. Der kann natürlich auch ein größerer beißen. Hat Marc ja vorgemacht. 55er wäre ja schon mal eine sehr ansprechende Größe. Die Fische beißen. Der Fisch ist jetzt da. Da kommt noch ein bisschen Dynamik hier rein. Wow. 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 Boom. Awesome. Ja. ... Wow. Ich bin famili run drauf. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 In der Farbe bringt er keine Punkte weiter geht's. Herbert hat die Aufholjagd begonnen. Er hat jetzt drei maßige Zander, die ich jetzt richtig mitgezählt habe und hat eben noch verlauten lassen, dass er einen 50er Barsch unten ein 20er Hecht fangen will. Ist mir natürlich nicht zurecht. Er hat noch jede Menge Zeit. Ich hab ihm schon gesagt, das kann er gerne alles morgen machen. Kann er sogar privat angeln gehen, da habe ich damit kein Problem. Aber heute bitte nicht. Der Spott hat jetzt wenigstens einmal Fischkontakt gebracht. Leider nur kleine Zander. Ich hätte auch gerne mal einen Barsch dazwischen gesehen. Aber wir bleiben jetzt noch fünf Minuten an den Spott. Und wir gehen jetzt an meinen letzten Spott. Da gibt es natürlich auch alle Fischarten. Aber mehr Barsche wie Zander. Ich hätte jetzt noch gerne den vierten Zander gefangen, weil die Barsche da dort eher besser sind. Aber naja, ich brauche wirklich zwei Lacke Punch, dass ich da einen Markt irgendwo gefährden kann. Weil Aufholjagd ist da ein bisschen übertrieben, wenn man das sagt. Und naja, schauen wir mal, was rausgeht. Wir haben noch gute zwei Stunden, wird reine Fischzeit sein. Wir fahren jetzt wieder mit dem Auto eine halbe Stunde zum nächsten Spott. Ich werde jetzt gleich sehen, was noch passiert oder nicht passiert. War auf alle Fälle wieder total aufreibende Fischerei. Auch wenn es das mal für mich nicht so klappt hat bis jetzt. Aber naja. Fischen ist Fischen. Aber einen sehr guten Gegner. Und wir geben auf alle Fälle. Alles für euch. Wir sind jetzt bei Herbert am letzten Platz. Herbert? Ja, ich hoffe am letzten. Er hofft am letzten Platz für heute angekommen. Und jetzt schauen wir jetzt hier mal mit der Navionics App einfach mal an. Tiefen, Tide, ob man da irgendwas schließen kann. Aber ehrlich gesagt. Nö. Wir werden mal sehen, was hier kommt. Ich. Die Barsche sind am Platz, Herbert. Du brauchst sie, musst sie nur noch fangen jetzt. Da ist er, der Gute. Mal schauen, ob der mir noch hilft. 35. 35er Barsch auf den Deraku und ich glaube, das sind 70 Punkte, die müssten mir noch ein bisschen helfen. Da wird Toni mit Sicherheit gleich mal nachrechnen. Allerdings. Ich wiese oft auf den Deraku. Ich habe meinen ersten Fehlbiss an den neuen Platz habe ich auch schon gehabt. Ich bin da sehr zuversichtlich, dass wir da noch mehr Fische fangen. Wir kommen jetzt bestimmt erst in die richtig geile Phase. Wir haben noch eineinhalb Stunden oder was zum Fischen. Und ich hoffe, ihr seht noch ein paar Fische. Marc hat schon mal vorgelegt mit einem 35er Barsch. Also, nach so einem komischen, misslungenen Start, glaube ich, wird der Tag nicht schlecht enden. Für den Marc wahrscheinlich. Aber der hat sich ja dann verdient. Also, muss man dann schon sagen. Aber ich habe noch nicht aufgegeben, Marc. Das habe ich befürchtet, Herbert. Ja, der Platz von Herbert funktioniert. Ich habe mir das schon gedacht, dass wir hier angekommen sind. Wo wir eben vorher waren, wo Alizander hatte, war das Wasser sehr, sehr trüb. Überhaupt keinen Spot, um Barsche und Hechte zu fangen. Haben jetzt den Fluss gewechselt, sind hier in so einer Apeneinfahrt. Das Wasser ist ziemlich klar. War mir klar, dass es hier Barsche gibt. War quasi glasklar, dass es hier Barsche gibt. Ich habe vorgelegt. Ich habe noch einen Fehlbiss gehabt, was er nicht weiß. Und ... Also, Fisch kommt hier noch. Ich bin gespannt, wie das Ding hier enden wird. Wir werden keinen Platz sechsmal machen. Herbert sagte schon, das ist der letzte Platz für heute. Und selbst wenn er die Führung übernehmen sollte. Wobei, ich hätte eine Stunde Zeit, aber ich glaube nicht, dass wir dann noch einen Platzwechsel machen würden. Dranbleiben, es könnte noch spannend werden. Toni hat mir gerade gesagt, Fisch. Das hatte Tom mir nicht gesagt. dass ich jetzt 470 Punkte habe. Das ist ein sehr gutes Ergebnis. Aber ich glaube, diesmal hilft er mir nicht. Ich war gerade dabei, euch zu erzählen, dass Toni mir gerade gesagt hatte, dass ich jetzt 470 Punkte habe. Das ist schon ein sehr gutes Ergebnis. Aber wie gesagt, abgerechnet wird zum Schluss. Und dann bin ich vielleicht happy. Weg? Ja, weg. Ja, weil man denkt doch, ich muss aufpassen vor dem Boot. Aber... Scheiße. Fische sind am Platz. Also... Fahre ich noch ein bisschen, jetzt so trocken. Mach ein bisschen zieler musst du schon noch jetzt halt. Das gehört dazu. Ich bin jetzt gerade vorhin hochgegangen. Und bei der Methode, wo ich da fischte, ist das Blei so richtig entscheidend. Was du für Gefühl hast, welche Strömung das ist. Dass du das so richtig über den Boden so drüber ziehst. Und jetzt habe ich vorhin das Gefühl gehabt, ja, ich habe noch ein bisschen zu viel Blei. Jetzt habe ich mir jetzt nochmal ein Gramm weggezwickt. Und siehe da, habe ich gerade einen Fisch drauf gehabt. Habe ich zwar leider verloren, aber... Ich glaube, das ist... Oder bleibt nicht der Einzige heute noch. Ja, noch ein kleiner Barsch. Fällt mir nicht, aber die Fische sind auf jeden Fall aktiv. Sehr guter Spot, ich glaube. Ihr werdet hier noch Spaß vor dem Bildschirm haben. Es kommt noch Fisch. Ich weiß, was ich weiß. Ich würde mich noch freuen. Immervenlagen! championships. Genau das ist alles. Das ist alles. Tag, ab. Ja, noch nie. Yah, einfach du schon bis, nie. Das ist alles. Taub Dollar. Jetzt fall das dich bei dir nächste triple Haus. erschön. Jetzt hat er wohl das richtige Gewicht montiert, zumindest gibt es den ersten Barsch für Herbert, der ihm 48 Punkte bringt. Nachdem Mark drei oder vier Fische auf den Deraku hatte, auf den Jigspinner, habe ich Herbert gefragt, ob er nicht vielleicht auch mit dem Jigspinner fischen möchte. Aber Herbert hat weiter mit seinem Kickback-Rig gefischt und das funktioniert heute am Nachmittag tatsächlich ziemlich gut. Ich kenne das eigentlich eher als Methode zum Fischen, wenn es wirklich richtig kalt ist, also im Winter, weil es eben eine sehr, sehr langsame Art zu fischen ist, wenn die Fische sehr, sehr träge sind. Aber scheinbar ist das auch im absoluten Hochsommer, wenn es richtig, richtig heiß ist, auch nicht zu verachten. Und ich glaube, Herbert fängt heute auch noch ein, zwei weitere Fische. Der hier hat gerade gezählt, der hat ihm Punkte gebracht. Einen braucht er noch. Also einen Barsch könnte er noch in die Wertung bringen. Dann wäre wieder ein Hecht nötig, den wir heute Morgen verpasst haben. Den Dirk, den ich hier alles auf. Ja, das war es. Nicht nur, bis jetzt, bis jetzt alles in die Ries. Dich, den Dich, den ich noch in der Ries. Dich, den ich noch in der Ries. Hier, das war es. Ich weiß noch nicht, die höh. Dich, ist das wiederholz, aber wir müssen noch mal in die Ries. Um, was nicht aus der Ries. Das können wir hier schnell am Wasser erledigen. 27. Okay, dann fange ich nur einen größeren 27er Barsch. Noch ein Barsch. Herbert klettert weiter. Doch der Vorsprung ist natürlich weiterhin sehr groß. Fünf Fische in der Wertung. Herbert, du hast gesagt, hier gibt es auch Hechte. Versuchen wir jetzt erstmal noch einen größeren Barsch zu fangen? Ja, zwei Fünfziger. Zwei Fünfziger. Ich denke, das ist machbar. Team Zwei Same ernährt sich das Eichhörnchen. Ich glaube, dass zwei Zentimeter besser sind, gell? Warum sind die so klein? Der sechste maßige Fisch. Herbert ersetzt seinen 24er durch diesen 26er Barsch. So, die letzten 30 Minuten sind angebrochen und jetzt versuche ich noch einen Hecht zu fangen. Mit der Barsche hat es ja jetzt geklappt. Der mag natürlich wieder die Gräser gefangen, aber was will man da machen? Das hilft ja nichts. Und dass ich noch einen sechsten Fisch in die Wertung bringen kann, brauche ich natürlich jetzt einen Hecht. Und darum fische ich jetzt die letzten 30 Minuten auf Hecht. Ohne Opfer gibt es keinen Sieg. So Männer, es ist vollbracht. Herbert Wacker gekämpft. Sehr gutes Turnier wieder. Wie letztes Jahr. Nicht ganz so weit gekommen wie letztes Jahr, aber es war auch schwieriger dieses Jahr. Es waren mehr Teilnehmer. Die Gruppenphase sehr souverän gemeistert. Aber dann hat es stark ausgelassen. Heute hast du deinen Meister gefunden. Ja, heute haben wir den Meister gefunden. Also meine Einschätzung ist, wer das Turnier gewinnt, ist er. Also wirklich jetzt. Ich habe jetzt eine 50 Jahre Angelerfahrung, aber ich habe noch nie mit so einem guten Angler gefischt. Also nicht, weil ich jetzt da irgendwie ein blöder Herring will oder so. Sondern er macht halt, ja er hat ja ganz neue Techniken, Methoden, kennt sich mit allem super aus. Ist schon ein ganz super Typ. Also ich gönne. Ein super Typ bin ich auch, aber ich gewinne das Ding nicht. Sieht da jetzt nicht zu einschätzen. Genau. Aber wir haben auf alle Fälle. Er ist ein sehr, sehr guter Angler. Ich sehe es genauso. Also ich freue mich natürlich über die Worte von Herbert. Es war mir auch echt eine Freude, mir zu sagen, es hat Spaß gemacht. Natürlich mir vielleicht ein bisschen mehr Regier. Ja, auf alle Fälle. Das nächste Mal geht es wieder anders aus. Ich bin happy, dass ich im Finale bin. Unglaublich glücklich und ja, ich weiß gar nicht, was ich sonst noch sagen soll. Danke Dietmar. Danke Dietmar. Ja, schon immer, wenn man nicht weiß, was man sagt. Okay, danke Dietmar. Nee, Quatsch. Also ich bin super happy. Ich bin gespannt, wer mein Gegner ist. Es wird nicht leicht werden. Es war nicht leicht bisher, aber ich gebe Gas. Ja, du schaffst es schon. Bin immer sicher. Das war es mit dem Halbfinale zwischen Marc und Herbert. Wir hatten heute echt wahnsinnig viel Sonne. Wird Zeit für Schatten, wird auch vielleicht Zeit für ein kaltes Bier und was zu essen. Ab nach Hause. Wir hoffen, dass euch die Episode gefallen hat. Wir freuen uns wie immer über Likes, Kommentare und natürlich über neue Abonnenten. Macht's gut. Ciao. 24 Angler und Anglerinnen sind angetreten. Zwei sind übrig geblieben. Marc Paczowski und Enrico Di Ventura duellieren sich um Europas Raubfischangelkrone. Am 20. und am 25. Dezember erwarten euch zwei spannende Monsterfolgen mit einer faustdicken Überraschung. Vielen schönen Fischen und natürlich der Siegerehrung. Wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Und wir sehen uns. Tschüss. 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 Tschüss undعم. Vielen Dank.